Ehemaliger Vize-Leutnant Eismayer gilt als schwieriger Ausbilder im österreichischen Bundesheer. Jetzt geht es um den gleichnamigen Film Eismayer und in unserer Kritik erfahrt ihr, ob der Film eine Lobhudelei ist oder ob man da ein reales Bild der Person Eismayer zeigen wollte. Charles Eismayer war also beim österreichischen Bundesheer zudem homosexuell, aber verdeckt. Homosexualität beim Bund ist natürlich immer noch ein schwieriges Thema, so zeigt der Film das, denn das Wort Schwuchtel fällt hier sehr häufig und umso mutiger, dass sich der neue Kadett Mario Fallack relativ früh als homosexuell outet. Von Eismayer auch gern Fallack gerufen, ist ein bisschen aufmüpfig und steckt nicht so gern ein und das ist auch das große Problem zwischen den beiden. Eismayer ist ein Choleriker und der Fallack ist ein bisschen aufmüpfig, das passt nicht so gut zusammen. Und da kommen wir auch direkt zum ersten Pluspunkt des Films, die reden wir österreicher. Da fallen Worte wie Ur-cool oder es fallen Sätze wie Wenn er euch ausstrengt, dann dröge ich zum Scheißen. Oder auch sowas wie Das heißt, das ist alles sehr authentisch, das ist, ja, wunderbar. Und gerade bei diesen gebellten Befehlen der Ausbilder muss man sehr genau hinhören, weil die eben mit starkem Akzent sprechen. Auch optisch ist der Film in der Realität verhaftet. Er ist teilweise etwas spärlich ausgeleuchtet, nach meinem Dafürheit ein bisschen zu spärlich, weil es sehr flach aussieht, das Bild teilweise. Aber eben keine durchstilisierten Bilder, da war der Regisseur darauf erpicht. Zum anderen hat es geholfen, sozusagen an echten Orten zu drehen, in der Steiermark, in Niederösterreich. Man war eben echt an diesen Orten sozusagen und das sieht man auch in jeder Minute des Films. Doch damit gelangen wir schon zum Kardinalsproblem des Films, der Geschichte. Man könnte jetzt denken, ah, das ist doch ein interessantes Thema, ein gutes Sujet für den Film, Homosexualität beim Militär. Aber wenn ich erzähle, ja, die beiden hassen sich am Anfang und dann werden sie vielleicht Freunde, dann ist natürlich klar, wo die Reise hingeht. Und die Reise kann ja dann schön sein, der Weg ist das Ziel, aber da ist der Film einfach nicht spannend genug dafür. Und auch die Szenen, die wir bekommen, wenn Falak und Eismayr aneinander geraten, da bleibt die letzte Eskalationsstufe einfach aus. Eismayr schnappt sich natürlich auch die anderen Kadetten und nimmt sich die zur Brust. Aber wenn Eismayr schreit, wenn sie erfrieren, bringe ich sie um, Falak, weil Falak irgendwie nackt rausgeht, weil er irgendwem eins reindrücken will, dann bleibt es bei diesem Lippenbekenntnis. Die nächste Eskalationsstufe fehlt einfach. Ich habe zu keiner Zeit Angst um einen Kadetten. Auch erzählerisch ist der Film leider Standardkost. Da gibt es keine Kunstgriffe. Zudem bleiben die Figuren leider sehr auf Abstand. Wir wissen über Falak. Gut, er ist homosexuell, er zockt gern. Er ist ein bisschen aufmüpfig. Mehr bleibt da nicht. Und beim Eismayr ist es ähnlich. Ja, er ist homosexuell, er hat eine Familie. Und das war es dann schon. Charakterlich ist die Eigenschaft der Homosexualität einfach nichts, was einem Charakter unbedingt nahbar macht. Wenn ich jetzt höre, dass er in einer Jazzband spielt, dass er einen Roman schreibt, dass er diese und jene Musik hört, dann ist das immer ein bisschen mehr. Dann habe ich wirklich Fragen. Bei der Sexualität, finde ich, ist das immer ein bisschen wenig. Aufgrund dessen kulminiert der Film dann nicht in ein tränenreiches Ende, wo ich sage, um Gottes Willen, ach, ist das schön. Sondern ich sage einfach nur, ach ja, das war ganz nett, weil eben der Abstand zu den Figuren leider da ist. Auch wenn die Grundgeschichte interessant ist, eine Homosexualität bei der Bundeswehr, da kann man ja gesellschaftlich einiges austragen, sage ich mal, darstellen, überspitzen, wie auch immer. Aber da macht der Film nicht viel. Wir sehen dann in einer Szene, wie Eismeier der Homosexualität bezichtigt wird. Das fällt unter dem Tisch, weil ein Oberst, der den Eismeier kennt, der sagt, aber es passt schon, das ist übertrieben und damit fällt es dann unter den Tisch. Natürlich zeigt der Film da schon, dass da die oberen Chefs sozusagen das Problem durchaus sind. Das sieht man auch gerade gegen Ende des Films, wenn die jungen Kadetten da ein bisschen aufgeschlossener sind. Aber es wird da einfach nur gestreift und nicht wirklich behandelt. Der Regisseur hat aber Humor bewiesen in ein, zwei Stellen, was wirklich sehr passend war, was nicht übertrieben war. Wenn gesagt wird, wenn du dem Eismeier Bussi gibst, dann kriegst du mal einen Monatszoll. Und alle Kadetten natürlich, ja, meinen auch, meinen auch. Und dann denkt, oh je, der Eismeier kriegt das spitz und der kriegt das spitz. Aber der sagt nicht, ihr blöden Hund oder irgendwas. Der sagt, gut, dann muss mir jetzt jeder von euch ein Bussi geben. Und die Kadetten danach so, ah, es ist ein Gestörter. Und das war sehr witzig. Da muss man wirklich sagen, da habe ich sehr schmunzeln müssen. Kommen wir zum Fazit. Eismeier staucht natürlich gern seine Kadetten zusammen. Gleichzeitig zeigt der Film auch, was er für Schwierigkeiten hat mit seiner Sexualität. Dass er die nur verdeckt ausleben kann. Dass er da nicht oft mit umgehen kann. Und er zeigt diesen Konflikt wirklich gut. Trotzdem fehlt mir eben die charakterliche Nähe. Ansonsten war der Film für mich in Ordnung. Kann man sich schon anschauen. Aber ich hatte mir ein bisschen mehr hofft. Damit bleibt zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, die Filmnische. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.